Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder auf der Dürren Road, zusammen mit Ben, Justin, Jan und Jonas. Ja, heute tun wir eine Runde Mais häxeln, wir selbst haben ja kein Mais, aber Ben hat natürlich ordentlich Mais bei seiner BGA und Jonas hat auch noch einiges an Mais. Ach du Scheiße, ist das gerade dunkel geworden. Ja, wir fahren zu Beginn erstmal Häxler, die anderen sind währenddessen schon auf dem Weg. Wir warten zu lange noch hier unten und fangen dann erstmal bei Ben an, den ganzen Mais wegzuhäxeln. So ist der Plan. Währenddessen ist auch gerade der Stream live, also gerade Aufnahme im Livestream, bloß das Ben streamt. Genau. So, dann einmal hier ausklappen. Ja, machen wir mal schon das alles an. Mensch, ja. So, einmal an hier. Ne, passt schon, sieht ganz gut aus. Oh, wir haben das kurz her, nur. Und das normale ist das, glaube ich. Wie schnell fährst du, du? Äh, 8. Oh, das wird ja lange angegeben. Also, ich glaube, auf den Acker, dass man alle drei bis vier Mal runterfahren. Ich glaube, es ist 15%. Boah. reasonably langein zwei bis vier vielleicht died. Life is slaspen Biolet before you die. Oh, you gonna take it. Oh, 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 oh. All the time you're wasted. Training time when get invaded. Grainge of sand in our glass. Time slips away so fast. A second hand ticks away. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020